servus leute da sind wir auch schon wieder bei deadspace und wir haben hier gerade mal wieder geschnetzelt und uns furchtbar erschrocken und oder liegt noch was oh mein gott wow oh fuck ihr wichser oh oh mein gott wie gemein ja was einmal feuerrad ah das ist so eine upgrade platine jesus christ so geht es doch schon wieder gut los hier da ist ein aufzug war ja nicht gerade noch eine tür genau halt muss ja noch den counter und wieder stellen genau oh mein gott ey muss ich mich doch erstmal wieder von erholen es kommen immer mehr was das denn unsere leute haben wohl tierische probleme dann sollten wir uns mal beeilen das ist hier wieder schwere losigkeit offensichtlich das ist nämlich schmackofatzig starten und landen drücken sie alt war das genau doch genau oh ja fortschritt wird gespeichert das finde ich immer sehr sympathisch dieses zeichen öhm oh gott sieht das viel widerlich aus mein gott noch hässlicher ging doch nicht oder Oh, da kommt direkt noch eins. Wo ist es denn? Eins erwischt. Noch eins erwischt. Wo ist es denn? Da ist es. Noch eins erwischt. Puh. Noch irgendwo eins. Du bist auch tot. Okay, wenn die so rumschweben, heißt das immer, die hat es erwischt. So. Landen. Was ist hier? Stase. Stase haben wir noch genug. Das sollte ich echt mal öfter nutzen, aber ich bin ja immer so in Panik, dass ich da zuletzt dran denke. Vor allem vergesse ich immer, dass man da noch zielen muss. Okay. Irgendwas komisches. Textlog. Äh, falsch. E. Das ist schon etwas blutiger hier geworden. Wo kann ich denn mir die Textlogs anschauen? Erstmal Platz für meine Rig. Datenbank. Genau. Navigieren. Ah, vom... Nee. An den Captain. Von einem General. Ähm, ja. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Ihr könnt ja pausieren. Ach doch. Warum nicht? Äh, übermäßiger Lärm. Gesamte Hunderstaffel zu sedieren. Tiere spielen verrückt. Verrückt. Äh. Okay, die... Befreien sich aus dem Käfig. Ihre Pfoten zer... Zerf... Zerfetzt. Zerfetzt. Äh. Sie sollen wieder auf den Planeten. Wieder etwas Auslauf. Hunde sind Menschen nicht unähnlich. Ja. Und da würde jeder wahnsinnig werden. Ganz genau. Und das andere... So, schauen wir uns später an. Jetzt nehmen wir jetzt mal wieder die Leiter hoch und ab zu unseren Leuten. Komm schon Isaac, schneller. Hopp, hopp, hopp. Ach ja. Das ist unser Licht. Ist ja auch cool. Munitionskleb. Sehr gut. Hopp. So, zielen. Und aktivieren. Tja, man kann dieses Spiel doch im Koop spielen. Ähm. Werden sich natürlich einige jetzt fragen, wo ist der Johannes? Der Johannes hat heute noch keine Zeit. Vielleicht heute Abend. Mal schauen. Aber sein Rechner macht das wahrscheinlich nicht mit. Deshalb werden wir das größte Teil Singleplayer machen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Alice Koordinaten. Aber falls jemand von euch Bock hat, mit mir regelmäßig Dead Space zu spielen, lasst es mich wissen und dann kann man ja mal Kontakt aufnehmen. Stromzufuhr des Schiffes wiederherstellen. Mission, die Stromzufuhr wiederherstellen. Das sieht aus wie der Hauptgenerator der Roanoke. Äh, wenn ich ihn einschalte, sollte er die Aufzüge und Übergangsrühren im gesamten Schiff mit Energie versorgen. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Achso. Eins, zwei, drei. Sind wieder alle kaputt? Ah, I see. Äh, hopp. Klack. Wahrscheinlich hier. Kriegen wir das? Äh, leuchtet da etwa was? Fuck, was ist das denn? Boah, noch was? So, jetzt müssen wir uns hier wieder ankurbeln. Ah, und das war der Zündfunke. Wie beim Auto quasi. Baumschluppe sind auch noch große Autos. Boah, scheiße! Hallo? Hallo? Boah, fuck! Boah, fuck! Jesus Christ! Oh, fuck! Und da sind wir ja schon out of ammo. Das ist ja mal... Ach, und jetzt habe ich auch noch einen Schuss verschwendet. Du meine Güte! Oh Gott, und das Ganze noch dreimal? Wollt ihr mich verarschen? Leute, das sieht mal wieder nicht gut aus für uns. Achso, du bist Reaktor 3, aber wir sollen erst mal zu Reaktor 2, oder? Oh, was gibt's hier? Aber keine Munition! Komm schon, Isaac! Wo steckst du fest? Wir müssen das Dase auffüllen. Du bist Reaktor 2, genau. Hier noch irgendwie eine Nische, wo wir was finden. Oh, fuck, sind wir schon wieder runter von der Munition her. Ja, jetzt bitte keine Monster. Oh, nö, oder? Ich laufe einfach mal weiter und tue so, als hätte ich nichts gehört. Puh! Wir halten F, wir halten F, wir halten F! Yeah! Das müsste es doch jetzt gewinnen. Oh, scheiße! Nice one! Okay. Hey, also wenn die so schön sich hintereinander hinstellen, ist die Waffe nicht so schlecht. Aber, das passiert wohl nicht so häufig. Wo müssen wir hin? Ach, jetzt müssen wir noch aktivieren, alles klar. Alles klar, wahrscheinlich hier. Aktivieren! Oh, nö, da hab ich doch schon wieder was gesehen. Alter, ich krieg doch von irgendein. Alter, ich krieg doch von... Alter, hallo! Hä? Von über mir, oder was? Alter, wo krieg ich denn hier was ab? Ich muss mal Medipack nehmen. Fuck! Scheiße! Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Oh, nein! Bam! Weggeschossen! Genau! Äh, muss ich da überhaupt lang? Ich weiß es nicht. Muss ich hier lang? Von hier kam ich, ne? Oh, fuck! Oh, fuck! Muss ich mal noch ein Medipack nehmen und... Schande, ey! Jetzt kommen wir jetzt schon nicht zurecht mit den... Äh... Mit der Munition. Wie soll das erst enden? Wo ist denn das Vieh? Und wo sollen wir hin? So! Ruhe im Karton! Ah, Gott sei Dank! Ich dachte jetzt schon... Ja, jetzt brauchen wir aber echt mal... Hinbearbeitung. Na, komm schon! Na, komm schon! Na? Oh, nicht, dass da jetzt auch noch was rauskommt. Komm schon! Ja, zielen bringt da auch nicht viel. Aufzug zu allen Ebenen. Okay, puh! Gott sei Dank! Jetzt können wir hoffentlich die Leute, unsere Leute, äh, treffen und... Ähm... Ja, ein Fest feiern. Yay, wir haben's überlebt! Ja, cool! Wir haben's überlebt! Und feiern ein Fest! Du hast es gefunden! Oh, Ernie, Baby! Ich wusste bis zu Sturm zu sterben. Käpt'n! Ist er das? Äh, ja, das, äh, ist er. Also Clark. Es ist mir entgegen. Osten Wackel, Marke Ops. Und das hier ist Jennifer Santos. Unsere kleine Lady mit dem großen Grill. Aha! Wenn Sie wirklich das Marker-Split dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, sag mir, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich hab dir so viel zu erzählen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, Ernie hat die schon wieder neun. Das ist ja sowas. Wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admiralts. Sie hat überall an die Wände Marker-Symbole geschrieben. Die Antworten sind da drin. Ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlasst Isaac das Übersetz. Wir gehen jetzt. Ich helfe Barkel, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht nicht mehr als ich. Na, vielleicht geht der ja später noch was. Auf jeden Fall empfindet Isaac, glaube ich, noch was für sie. Ich glaube, der will sie zurück. Oh yeah. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ein Text-Log. Munition. Oh Gott sei Dank. Was zerstampfen. Nochmal Munition. Hier auch mal nachladen. Okay, das ist jetzt echt nicht viel. Da haben wir noch was. Oh, da ist noch ganz viel. Munition, Munition, Munition. Und ein Plasma-Kern. Das heißt, damit könnten wir uns noch eine Art Plasma-Cutter oder so bauen. Ach, Gott sei Dank. Die Entwickler haben mitgedacht. Haben vorausgesehen, dass ich hier mal wieder abkacken werde mit der Munition. Ja, und da merke ich auch schon wieder, dass es Zeit wird, hier mal einen kleinen Cut zu machen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Machen hier nochmal eine epische Pose mit dem böse ausschauenden Isaac. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn das heißt. Nicht Messeffekt. Dead Space. Tschüss. Tschüss.